Musik Wie die Menschen in Marokko, Tunesien und Algerien in Zukunft leben und arbeiten werden, entscheidet sich wesentlich in den Städten. Dort leben bereits zwei Drittel der Bevölkerung. Bis zum Jahr 2050 rechnet die UN mit einem weiteren Zuwachs von ca. 30 Millionen Menschen in den Maghreb-Staaten. Diese Entwicklung bringt große Herausforderungen für die Städte und Kommunen mit sich. Wie können die Bürger in politische Prozesse einbezogen werden? Wie lässt sich der wachsende Wasser- und Energiebedarf decken oder Wohnraum für alle schaffen? Und zwar so, dass das historische Erbe gewahrt bleibt. Wie können Stadtverwaltungen diesen Herausforderungen schnell und effizient begegnen? Es liegt im gemeinsamen Interesse der Maghreb-Staaten, aber auch Europas, darauf Antworten zu finden. Eine weitere Herausforderung in den urbanen Ballungszentren. In den Stadtzentren ist die bestehende Infrastruktur oft überlastet. Wie kommen die Menschen von A nach B? Wie kann man die Peripherie effektiv mit den Stadtzentren vernetzen? Den Weg zur Arbeit verkürzen, ohne dabei die Verkehrssicherheit zu gefährden? Und dabei das schier grenzenlose Wachstum der Städte in die Fläche mit den immensen Umwelt- und Infrastrukturkosten vermeiden? Das ist das, was die Gebäude gemacht. Ich bin hier in der Europäischen Union, ich bin ein paar Jahre lang, aber ich bin ein paar Jahre lang. 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 Wie gesagt, ich habe hier gesagt, dass wir hier noch ein paar Wissen haben, weil die Menschen, die in der Gesellschaft, nicht mehr so weit sind. Wir müssen uns hier noch ein paar Wissen haben. Inshallah. Ein weiteres wichtiges Thema, die Abfallwirtschaft. Mit der Zunahme der Bevölkerung entsteht auch mehr Abfall. Wie kann es gelingen, weniger Müll zu produzieren, Abfall effizient zu beseitigen oder wiederzuverwerten? In den meisten Vierteln wird Müll mit herkömmlichen Müllabfuhrwägen abgeholt. In der Medina ist das nicht möglich. Die Straßen sind eng, Autos kommen kaum durch. Hier sorgt Muaz dafür, dass die Wege sauber sind. Mein Name ist Muaz. Wir sind im Land von Tunes für die Stadt. Wir sind in Bewegung der Stadt. Ich bin der Fronten und sch 128 gängen. Wir werden die Polizei zu tun. Ich denke, das war so, dass ich das lange, in den Telefonen zu setzen und viele Wege ist. Das war das, was ich überhaupt noch, wo wir die Dienstleistung und die Fausten werden. Ich denke, ich weiß nicht, dass ich ein Heimat habe. Das war das Sonsten. Ich denke, damit wir uns alle Menschen zerstören. Bei der Bewältigung dieser Herausforderung spielen die Stadt- und Kommunalverwaltungen eine zentrale Rolle. Stadtverwaltungen sind in vielen Fällen noch nicht auf die Bedürfnisse der Bürger zugeschnitten. Lange Zeit war ihre Verwaltungsstruktur zentralistisch. Die Herausforderung ist es, das Management der Städte so zu optimieren, dass das mangelnde Vertrauen der Bürger in die staatlichen Institutionen zurückgewonnen werden kann. Wie kann man Kommunen so strukturieren, dass sie bürgernah arbeiten und dass sie zum Begegnungsort von Politik und Bürgern werden? Auch Rajea Riden kennt das. Sie ist Schneiderin. Weil sie immer mehr Aufträge bekommt, muss sie ihr Atelier erweitern. Die Stadt- und Abitur zu produzieren, die in der Stadt- und die Stadt- und der Stadt- und der Stadt- und der Stadt- Wir haben eine große Herausforderung, die sich auf die Umgebung vorgesehen und die Umgebung vorgesehen haben. Aber wenn wir die Umgebung vorgesehen haben, dann die Umgebung vorgesehen. Wenn wir die Umgebung vorgesehen haben, dann sind wir die Umgebung vorgesehen. Und die Umgebung vorgesehen sind, die die Menschen, die die ungeblich sind, haben sie gut gemacht. Eines der wichtigsten Themen, den jungen Menschen eine Perspektive geben. Ich arbeite mit einem eigenen Traum. Ich bin in der ganzen Karte. Ich habe mich mit dem Polizisten geholfen. Ich habe mich mit dem Polizisten geholfen. Ich bin die Menschen. Die Menschen, die sie lieben, haben sie Geld bekommen. Die Hälfte der Bevölkerung ist jünger als 25 Jahre. Viele junge Menschen sehnen sich nach gesellschaftlicher Teilhabe. Sie fordern Arbeit und politische Mitsprache. Wie kann es gelingen, ihre Bedürfnisse zu stillen? Eine Schlüsselfrage für die Stabilität der ganzen Region. Die Unzufriedenheit der jungen Bevölkerung war maßgeblich für die Revolten des sogenannten Arabischen Frühlings. Wie also schafft man Perspektiven für junge Menschen? Integriert sie in die politischen Prozesse? Wie bekämpft man die hohe Arbeitslosigkeit? Für mich, als eine Frau und als Juni von diesem Land, ich würde gerne eine Arbeit haben. Wir wollen die Stadt machen. Wenn wir die Stadt arbeiten, dann wissen wir, dass wir die Stadt arbeiten können. Wir sehen uns nicht so, wie wir es tun können, wie wir es tun können. Wir sehen uns nicht so, wie wir es tun können. Wir geben ihnen die Möglichkeit und die Möglichkeit, um zu zeigen, was sie machen können. Wir sehen uns nicht so, wie wir es tun können. Wir wollen uns arbeiten. Wir wollen uns weiterentwickeln. 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 Wirtschaftliches Auskommen, Bildung und Lebensqualität, das erhoffen sich viele Menschen in Marokko, Algerien und Tunesien in den Städten. Das Projektkommun der GIZ will die Kommunen und Städte des Maghreb bei den Herausforderungen dieser Zukunft unterstützen. KLM Myers usw. μια cosa eins und weil w Vielen Dank.